ja herzlich willkommen zurück zu programmier paradigmen wir sind hier in teil 4 von 5 des moduls control abstraction und was wir in diesem vierten teil machen wollen ist uns coroutine anzuschauen was es ist werden wir gleich sehen aber ganz kurz und knackig gesagt ist das im prinzip ein weg wie man fast parallele ausführungsstränge beschreiben kann die aber eben nicht unterbrochen werden können sondern explizit miteinander interagieren coroutinen sind also eine form von control abstraction also ein bisschen so etwas ähnliches wie routinen allerdings erlauben die während der ausführung die ausführung anzuhalten und den kontrollfluss an eine andere coroutine zu übergeben und dann später an der stelle wo sie sich selbst unterbrochen hat weiterzumachen was man damit also ausdrücken kann ist was man non-preemptive multitasking nennt das heißt ich habe also mehrere parallele ausführende ausführungsstränge die aber nicht unterbrochen werden können sondern kooperativ miteinander interagieren und gelegentlich an den richtigen stellen die die ausführung an einen anderen task der auch parallel ausgeführt wird übergeben schauen wir uns am besten erstmal ein beispiel an an dem wir sehen können was diese coroutinen genau sind und was man damit so machen kann ich schreibe das ganze in so einer form von pseudocode auf und werde dabei erläutern was ja dieser code eigentlich genau bedeutet also die idee ist dass wir so eine art bildschirmschone implementieren wollen der zwei sachen parallel machen soll nämlich zum einen den bildschirm aktualisieren so dass da irgendwas schönes zu sehen ist und zum anderen im hintergrund das dateisystem des computers ein bisschen aufzuräumen zum beispiel zu defragmentieren das ganze funktioniert so dass wir zwei coroutinen haben die diese zwei aktivitäten darstellen nämlich zum einmal die coroutine us was für update screen steht und zum anderen die coroutine cfs was für check file system steht beide sind hier deklariert als coroutine und was wir dann in unserer main methode machen werden ist dass wir diese beiden coroutinen aufrufen also wir rufen zunächst diese eine hier auf beziehungsweise wir erstellen sie indem wir sagen wir hätten gerne eine coroutine vom typ update screen und wo dieser typ ist das werden wir gleich sehen und schreiben diese coroutine dann in die variable us und gleichzeitig oder danach erstellen wir noch diese andere coroutine namens check file system und auch die werden wir gleich genauer anschauen und erstellen die hier und dann müssen wir eine von den beiden anstoßen und sozusagen den kontrollfluss in eine dieser beiden coroutine reingeben und das machen wir mit hilfe dieser transfer funktion und hier sagen wir zum beispiel weil es ein bildschirmschoner ist wird zunächst erstmal der bildschirm beschrieben indem wir diese us also update screen coroutine aufrufen jetzt müssen wir noch anschauen was genau diese coroutine eigentlich machen und das machen wir indem ich die hier oben dann definiere ich fange mal an mit der mit der zweiten also die die check file system heißt und im prinzip während der bildschirmschoner läuft das dateisystem aufrufen soll während aber gleichzeitig der bildschirmschoner das macht was er machen soll nämlich die den bildschirm aktualisieren zunächst erstmal verwende ich hier dieses detach kommando und was das macht ist im prinzip einfach nur eine neue coroutine zu erstellen und eine referenz darauf dann an den aufrufenden code zurück zu geben der aufrufende code in dem fall ist das hier unten das heißt also das was ich hier in diesem cfs dann habe ist eben eine referenz auf diese neu erstellte coroutine so jetzt schauen wir an was die coroutine dann eigentlich macht die soll ja unser dateisystem bisschen aufräumen also wir haben da vielleicht so eine schleife drin die über alle dateien iteriert dann irgendwas mit diesen dateien macht was genau ist hier erstmal irrelevant und anschließend dann aber weil ja parallel dazu auch noch die andere coroutine die ich gleich aufschreiben laufen soll nämlich die die den bildschirm aktualisiert übergibt sie die kontrolle dann regelmäßig an diese andere coroutine nämlich an die die in der variable us gespeichert ist und davor und danach macht sie irgendwas mit den dateien aber entscheidend ist dass sie explizit sagt an bestimmten stellen jetzt geht die kontrolle bitte an die andere coroutine und da soll es dann weitergehen und solange ist die erste coroutine unterbrochen und wenn wir dann wieder zurückkehren geht es genau an der stelle hinter dem transfer statement weiter die zweite coroutine sieht im prinzip so ähnlich aus ich definiere die jetzt mal hier also die heißt update screen und macht am anfang im prinzip das gleiche wie die erste nämlich dieses detach aufrufen was eben dann schlussendlich die referenz auf diese neu erstellte coroutine hier unten zurück gibt und in dieser zweiten coroutine haben wir dann auch wieder eine schleife die irgendwas mit dem bildschirm macht und da vielleicht was schönes drauf malt und periodisch aber auch wieder die kontrolle an die erste coroutine nämlich die die in cfs gespeichert ist zurück gibt und somit die kontrolle zwischen diesen beiden coroutinen hin und her gibt und beide tasks aber parallel etwas bewirken und 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 die fortschritt in ihrer eigenen in ihrer eigenen aufgabe haben aber explizit den kontrollfluss immer wieder hin und her geben jetzt könnte man sagen naja diese coroutine das sieht ja eigentlich so aus wie threads die laufen da so mehr oder weniger parallel und arbeiten jeder an ihrer aufgabe was ist denn da eigentlich der unterschied also es gibt zwei unterschiede die hier wichtig sind das eine ist dass bei den coroutinen der der kontrollfluss explizit übergeben wird also wir haben diese transfer statements und nur wenn die coroutine sagt jetzt bitte mich unterbrechen und und in der anderen coroutine weitermachen dann geschieht das tatsächlich wohingegen bei threads das ganze implizit passiert und zwar auf eine art und weise die präemptiv ist also wo ein thread einfach unterbrochen wird ohne dass er das explizit gewollt hat oder oder angegeben hat der zweite unterschied ist dass bei einer coroutine immer nur eine zu einer bestimmten zeit läuft also in dem beispiel hatten wir zwei coroutinen und die laufen so pseudo parallel aber de facto läuft immer nur eine weil ich eben den kontrollfluss hin und her gebe zwischen den beiden also es gibt keine echte nebenläufigkeit sondern es läuft immer nur eine coroutine und im gegensatz dazu laufen threads ja tatsächlich nebeneinander und zur gleichen zeit zumindest wenn ich mehrere cpu-cores habe und und können dementsprechend dann auch zu so problemen wie data races und so weiter führen die wir später in der vorlesung auch noch genauer anschauen werden ein anderes konstrukt was wir in der früheren vorlösung ja schon gesehen haben was auch so ein bisschen ähnlich zu den coroutinen ist sind die continuations hier sehen wir mal wie sich diese beiden voneinander unterscheiden also bei den coroutinen ist es so dass sich der zustand dieser coroutine jedes mal ändert wenn ich sie aufrufe also die coroutine fängt nicht immer wieder am anfang an sondern ja führt die ausführung geht genau da weiter wo ich zuletzt in der coroutine war das heißt sie verändert sich kontinuierlich und im gegensatz dazu ändert sich so eine continuation eigentlich nicht also die wird einmal erstellt und ist dann also eine funktion mit ihrem umgebenden zustand und der ist dann so wie er ist und und verändert sich auch nicht eine andere andere unterschied ist was passiert wenn ich in so eine coroutine oder eine continuation reingehe also bei einer coroutine wird der alte program counter also sozusagen dass die adresse im code wo ich gerade bin wird gespeichert denn wenn ich zu einer anderen coroutine transferiere dann muss ich ja schlussendlich wieder zu dem selben stück code zurückkommen wo ich gerade in der ersten coroutine war und deswegen wird der alte program counter gespeichert im gegensatz dazu ist der aktuelle program counter einfach verloren wenn ich eine continuation aufrufe weil ich bei einer continuation ja einfach nur sage der kontrollfluss geht jetzt genau da in der continuation weiter und ich kehre auch nie dahin zurück wo ich her gekommen bin deswegen muss ich den alten program counter da auch nicht speichern und schlussendlich ist die frage was passiert wenn ich wenn ich wieder zurückkomme in eine coroutine beziehungsweise dann nochmal reingehe also bei coroutine ist es so dass der dass die ausführung genau da weitergeht wo man aufgehört hat wenn man wieder zurück transferiert und im gegensatz dazu passiert bei continuations folgendes wenn ich die mehrmals aufrufe dann fängt das immer wieder am anfang an denn ich bin ja dann immer wieder am anfang dieser dieser continuation also sie sind ein bisschen verwandt und haben auch einige gemeinsamkeiten aber es gibt doch eine ganze menge unterschiede hier die gemeinsamkeit von coroutine und continuations ist das beide durch eine closure repräsentiert werden und nur noch mal zur erinnerung eine closure ist sozusagen ein stück code mit einer adresse wo wo in dem code wie jetzt als nächstes aus ausführen wollen und dem sogenannten referencing environment was also namen an bestimmte speicheradressen bindet in dem früheren teil dieses moduls haben wir gesehen wie der function stack aussieht und wenn man coroutine hat entwickelt sich das auf eine interessante art und weise natürlich kann jede coroutine auch weitere subroutine aufrufen oder auch andere coroutine erstellen und gleichzeitig hat natürlich dann jede coroutine ihren eigenen function stack und das führt im prinzip dazu dass wir mehrere function stacks parallel haben die sozusagen den entsprechenden ja den den jeweiligen coroutine dann entsprechen und wenn eine coroutine jetzt eine andere subroutine aufruft wird die einfach auf den stack dieser coroutine dann drauf gebaut und weil wir diese verschiedenen stacks dann parallel haben ergibt sich ein sogenannter cactus stack und warum der so aussieht oder warum der so heißt wie wir nun mal heißt werden wir gleich sehen so schauen wir uns mal ein beispiel dafür an wie mehrere coroutine und subroutine miteinander interagieren können und was das dann für auswirkungen auf den stack hat und was wir da sehen werden ist eben diese sogenannte cactus stack für das beispiel gehen wir davon aus dass wir eine programmiersprache haben in der wir routinen ineinander verschachteln können und in der wir nicht explizit angeben müssen ob eine routine jetzt eine subroutine oder eine coroutine ist deswegen schreibe ich hier auch erstmal bewusst einfach nur eine routine hin und werde jetzt mal aufschreiben wie die im code ineinander verschachtelt sind also wir haben da so auf dem obersten level drei routinen nämlich a m und q und innerhalb von denen gibt es jetzt wieder weitere routinen zum beispiel ist hier in a drin noch p reingeschachtelt in m haben wir b und s reingeschachtelt und in q haben wir zwei routinen noch drin nämlich c und r und außerdem gibt es hier noch ein drittes level nämlich in b drin gibt es noch eine routine nämlich die hier namens d so das ist jetzt erstmal nur der source code so wie er im programm steht und jetzt müssen wir uns nochmal eine konkrete ausführung dieses codes anschauen wo wir davon ausgehen dass als allererstes diese routine namens m aufgerufen wird und was m macht ist drei sachen zum einen erstellt m eine subroutine die dann a ist dann ruft sie selbst eine sorry also a ist eine coroutine keine subroutine dann ruft sie eine subroutine auf namens q das ganze passiert im also die q subroutine wird im selben stack sein wie m weil es einfach eine subroutine ist wohingegen a einen neuen call stack bekommt weil es eben eine coroutine ist und für das dritte was m macht ist noch eine weitere coroutine zu erstellen nämlich b und weil es eine weitere coroutine ist und jede coroutine dann ihren eigenen function stack hat ergibt sich da hier so ein weiteres stack diese ganzen routine können natürlich dann wieder weitere sachen aufrufen zum beispiel gehen wir mal davon aus dass a diese routine p aufruft und das q eine weitere routine namens r aufruft und gleichzeitig noch eine weitere coroutine erstellt nämlich c b macht so etwas ähnliches das ruft nämlich auch eine weitere subroutine auf namens s und erstellt auch noch eine coroutine nämlich d und wie man an dem bild dann sieht ergeben sich daraus mehrere stacks die sozusagen parallel existieren die eigentliche ausführung ist weil es eben coroutinen sind immer nur in einer dieser stacks drin aber die stacks haben jeweils ihren eigenen zustand und haben im prinzip genau das was wir im function stack ja auch schon gesehen haben also all die lokalen variablen und so weiter die sind jeweils in diesen stack segmenten dann gespeichert eine interessante frage ist jetzt noch wie die namen die in den lokalen also wie die namen der lokalen variablen in diesen verschiedenen routinen schlussendlich aufgelöst werden und was wir da ja in einer der früheren vorlesung schon gesehen haben sind die sogenannten static links die jeden jeder funktion sagen wo denn ihre syntaktisch umgebende funktion ist und was wir hier sehen werden ist dass der static link nicht unbedingt immer einfach nur zum zum 1 drüber stehenden funktion im call stack geht sondern eben zu der funktion die lexikalisch wirklich um die funktion herum ist also im falle von p zum beispiel wird der static link auf a zeigen im falle von c wird der static link auf q zeigen genauso bei r weil sowohl c als auch r in q genestet sind im falle von d zeigt der static link auf b der von s zeigt allerdings auf m also nicht auf das was einfach drunter steht und genauso bei b der von b zeigt auch auf m das heißt mit hilfe dieser static links können die einzelnen funktionen dann ihre lokalen namen auflösen beziehungsweise dann auch die namen finden der lexikalisch um sie herum befindlichen funktionen so was haben sie dieses konzept von coroutine so in der theorie hoffentlich verstanden jetzt ist die frage in welchen sprachen gibt es das denn eigentlich und wo kann man das denn tatsächlich verwenden also ein paar populäre sprachen die coroutine in irgendeiner form anbieten sind hier mal aufgelistet also es gibt sprachen in denen das ganze nativ unterstützt wird also wo coroutine tatsächlich teil der sprache sind das ist zum beispiel in ruby oder go der fall in go heißen die dann nicht coroutine sondern go routine interessanterweise also das sind sprachen wo man das wirklich einfach direkt benutzen kann weil das teil der sprache ist in vielen anderen sprachen gibt es coroutine in form von bibliotheken die man verwenden kann die das sozusagen emulieren obwohl es nicht teil der sprache an sich ist das ist zum beispiel für java c sharp javascript oder kotlin der fall wo es gute bibliotheken gibt mit denen man coroutine verwenden und emulieren kann und da gibt es in manchen sprachen noch so spezialisierte varianten von coroutine also die generators die wir ja im zusammenhang mit den iteratoren auch schon gesehen haben sind eine form von coroutine und die gibt es dann zum beispiel in python also das ist keine coroutine so in ihrer vollen blüte sondern eine spezielle variante die eben einfach nur eine liste von werten generiert aber im prinzip auch dasselbe programmiersprachen konzept dahinter hat nämlich die coroutine ja und damit sind wir auch schon wieder am ende dieses vierten teils im modul control abstraction ich hoffe sie wissen jetzt ein bisschen mehr darüber was eigentlich coroutine sind und wer das noch mal genauer ausprobieren will der sollte sich eine dieser implementierung die ich gerade genannt habe vielleicht mal anschauen und einfach ein bisschen damit rumspülen um so ein bisschen gefühl dafür zu kriegen was man damit alles machen kann vielen dank fürs zuhören und bis zum nächsten mal